Die öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand sein, sonst ist die Politik nicht zuständig. Das Problem ist doch, dass Frau Merkel und ich hinsichtlich der Energiepreise das Gleiche zu entscheiden haben, nämlich gar nichts. Nur, dass sie das will und ich nicht. Ich möchte, dass die Politik zuständig ist. Dann macht die Auswahl zwischen verschiedenen Politikerinnen und Politikern, zwischen verschiedenen Parteien auch sehr viel mehr Sinn. Und wir müssen für die Frage der Preise von Wasser, von Energie zuständig bleiben. Deshalb gehören die Netze in die öffentliche Hand. Es kommt noch etwas hinzu. Wenn jemandem das Netz gehört, hat er ein Monopol. Alle brauchen ja das Netz. Er kann ganz alleine die Preise bestimmen. Zum Beispiel haben wir jetzt in Deutschland monopolistisch eingeteilt vier Konzerne, die die ganze Energieversorgung beherrschen. Und glauben Sie mir, auch wenn die das bestreiten, die können miteinander telefonieren und sich verabreden, wie sie uns ab November abzocken. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Die öffentliche Daseinsvorsorge muss in öffentlicher Hand, darüber muss in der Politik gestritten werden. Und nie vergessen, es gibt Demokratie nur in der Politik, nicht in der Wirtschaft. Schon deshalb sollte die Politik zuständig bleiben. Das ist nicht das, dass wir das nicht verkaufen. Also, ich gehe das nicht. Das ist ein Daseinsvorsorge. ZD-Daseinsvorsorge